Hallihallo meine Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute meine Freunde gibt es wieder eine richtig geile Kirmesfolge. Ich habe wirklich einen wunderschönen großen Platz gebaut und wir werden dort, das habe ich mir vorgenommen, wir werden dort eine richtig große Kirmes bauen mit fast allen Kirmesmods, die ich aktuell habe. Also es wird wirklich, ich würde sagen, es wird die größte Kirmes im Landwirtschaftssimulator 22 meine Freunde. Aber kurz vorweg möchte ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen und zwar will ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für den September. Der September Leute war wirklich ein super, super schöner Monat. Ich begrüße auch herzlich unsere 500 neue Abonnenten, die im September diesen wunderbaren Kanal abonniert haben. Vielen, vielen Dank auch an dich für deinen Support und wir werden sehen, was die Zukunft bringt meine Freunde. Ich bin wirklich sehr motiviert, ich habe richtig Bock für euch Videos zu liefern. Es wird diese Woche und auch in den nächsten Wochen immer wieder Kirmesvideos geben, Feuerwehrvideos, aber auch Zirkusvideos. Denn ich habe gesehen, die letzten beiden Zirkusvideos kamen bei euch sehr, sehr gut an. Und ich dachte mir, okay, warum nicht, bring noch ein bisschen mehr davon und das ist in Arbeit Leute. Ihr könnt euch wirklich zusammenreißen, die nächsten Wochen werden wirklich wild. Ich habe echt viel geplant für euch, aber erstmal Leute, seht ihr jetzt den großen Kirmesaufbau auf der neuen Map. Alles weitere, welche ihr im Video sehen, Leute. Und falls ihr mich supporten wollt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu meinem Discord, aber auch zu meinem Instagram und Twitch-Account. Vor allem bei Instagram, Leute, schaut dort gerne mal vorbei. Da wird in ein paar Tagen ein kleines Gewinnspiel online kommen. Gerne mal abchecken, würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt würde ich gar nicht mehr so viel schnacken. Jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020